Ey, und wurde ins Gesicht ges***t. Das glaub ich dir. Schöner Hintergrund. Schöne Lippen. Dankeschön. Wie glänzt du mich so an? Ich weiß nicht. Da würd ich gerne mit meinen Lippen drauf. Oh Gott, Hilfe. Joooooooh! Was für hilf? Händen! Ja? Ja. Ich hätt doch immer diese blaue LED da an. Moment. Halt die Brot. Doch, Digga, du hättest mich. Plötzlich fisch und da jetzt was gut im Arsch. Ah, doch! Ich weiß. Mit den dicken Tipps. Mach jetzt mal ne Faust. Wie schlägst du nen Hammer? So. Keine Ahnung. Hä, was? So. Soll ich das schlagen? Mach nur mal. Nur die Faust. Mach nur die Faust. Und jetzt wie nen Hammer. Du bist ja öfters hier als ich, Junge. Ach, heute bin ich... Heute geht's oder was? Gestern war ich nicht gut genug, oder wie? Warte, warte, warte. Ich nix sprechen sehr gut Deutsch. Today I'm good for you and yesterday I'm not. Was machst du mit der Platform? Wie viele deutsche Leute? Okay. Hey! Oh, ha, 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 ha. Mhm? Oh, blub, blub, blub! Das ist jetzt mein Herz gebrochen. Ich dachte, ich werde auch endlich mal angezwitschert. Ist das so ein Platz, wo man immer viel bummst? Ja. So ein Publix-Bumst. Bist du alleine? Nein. Alter, wir können doch einen Vierer schieben. Ja, warum lachen wir jetzt aus? Wir haben ein bisschen gedanst. Nee, ich lache dir nicht aus. Wir haben uns schon zum dritten Mal getroffen. Du hast mich immer wieder weggemacht. Das kann sein. Aber warum? Weiß ich nicht. Du liebst mich. Aber du hast Angst, dass ich es nicht erwidere? Keinen Menschen im Moment. Ja, alles gut. Ich war auch jetzt nicht auf einer Beziehung aus. Ich wollte nur meine Loris in dich reinpumpen. Wie so eine Fahrradpumpe. So einmal so richtig drücken, 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 drücken. Nach Orgasmus. Da bin ich genau an Ort und Stelle perfekt gekommen. Warte mal, das riecht nach Orgasmus. Ja, weil das riecht geil. Du kannst einen Orgasmus riechen. Du hast so einen Fick, Digga. Habe ich auch noch nicht gehört. Können wir uns mal treffen? Dann will ich mal den Geruch von deinem irgendwie. Ob die gleich Sex im Weiß fällt? Ja. Leider ohne dich. Aber ganz schön dicke Lippen. Aber das ist Natur. Also es geht. Die sind ja nicht dick. Die sind so... Voll. Gehen halt raus. Mäßig. Das ist eine gute Geschichte. Aber die sind auch ein bisschen übermalt. Findest du viel? Wir müssen küssen. Und daten wir uns? Ich date nicht. Wir können uns instant bumsen. Das wäre doch egal. Nein, Spaß. Yo! Wie alt bist du? 17. Warum sind wir noch nicht zusammen? Machst du jetzt so Mund? Hey! Was? Hallo! I'm not German. I'm from Spanien. Von Español. Du? Español? Ja. Nein. Nein. Ich glaube, du bist Albanian, nicht? Nein. Du bist wie Albanian. Du bist wie mein Freundin. Nein. Ah, mein... Nicht mein Freundin, mein... Eh, Freundin. Du kennst? Nein, nein. Du kennst mit einem ring. Du kennst, was ich meine? Nein, ich weiß nicht. Was du meinst? Wir sind verabschiedet. Nur OMA TV. Ja. Wir haben Kamm-verabschiedet. Grazies. Grazies in Spanien. Nein. Spanish. Entweder es ist ein... Es ist ein... Ihr sucht einen Minecraft-SMP-Server? Dann seid ihr genau richtig. trsneeds.de Kommt vorbei. Zeigen, ihr f***. Sorry. Noch ein... Nein, da haben welche ihr Kind... Ihr so ein Baby auf Oma gezeigt. Warum macht man das? Ich möchte auch mein Kind sehen. Meinst du deine Brüste damit? Du hast gefragt. Ich habe auch nur gefragt. Was seid ihr? Beide? Geschwister. Geschwister? Ja, siehst du nicht die Ähnlichkeit. Stimmt, ja. Also würde ich mit deiner Schwester zusammen sein, dann könnte ich nicht unterscheiden, wen ich von euch jetzt bums, weil ihr so gleich aussehen könnt. Eww. Ich würde das verwechseln. Wie heißt dieses Fach, wo man rumexperimentiert nochmal? Ich für sie. Chemie. Das Chemie. Was hast du mit Chemie? Ich schätze nicht. Was lachst du? Oh mein Gott, Digga. Ich bringe mich irgendwie... Hallo. Hallo. Das sieht aber ganz schön gefährlich aus, weil da sind so viele Achtungszeichen. Soll das heißen, dass du sehr heiß bist und man dich nicht anzünden darf, weil du sonst explodierst? Ja. Ey komm, das war schon mal ein guter Anfang, um ein Gespräch aufzubauen. Ja, das war... Oh ja. Guck mal, das ist schon mal besser gewesen als wahrscheinlich 99% der anderen Männer, die wahrscheinlich auf deine Brüste glatzen. Sei ehrlich, haben sie, machen sie. Ich weiß nicht, ich seh's nicht. Ich bin ehrlich, hab ich auch gemacht. Aber ich hab dich drauf angeschaut. Erstmal das Gesamtbild, weißt du? Warum lachst du jetzt? Wie alt bist du? 20, du? Ich bin 60. Ich hab nie was gesagt. Ich hab nie was gesagt. Also, damit hab ich jetzt nicht gerechnet. Hallo? Wie geht's dir? Gut dir? Mir geht's auch gut. Super. Wer bist du? Ich bin 20, du? Was denkst du? Du hast 10? Oder du hast 12? Ja. Was? Militante Veganerin. Bist du die militante Veganerin? Wieso? Einfach die Tochter. Wollen wir mal gucken. Okay, okay. Der ist hübsch. Ich hab ihn noch dran, Neil. Er ist richtig süß. Krasse. Wimpern. Danke. Wofür macht man die? Ja, das ist so ein Notfall, dass man so wegfliegen kann, wenn jemand nervt. Weißt du, es ist schön. Ich dachte, um Wichser wegzuhalten, damit nicht in ein Auge kommt. Nein, ich mach sowas nicht. Das machen wir nicht. Saram. Allah ist im Arsch. Ja, ich bin kein... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin auf meinem... ...Tablett. Denn was? Kokstablett? Auf meinem Fensterbrett. Achso. Ich wollte sowas nicht düsen werden. Hast du nur Drogen im Kopf, oder was? Wenn ihr zu meinen Drogen gehört, ja. Rauchst du? Ja. Was? Zigaretten. Ja, ich auch gut. Das ist nicht gut in einer Beziehung. Warum? Naja, weil irgendwer schnabuliert sich immer von jemand anderem denn die Zigaretten. Ja, ich von dir bin dann. Das ist das Ding. Deswegen wird es nicht klappen, aber wir können gerne... Stopp! Binu fast 21% sind Abonnent. Wird auch Zeit für dich endlich zu abonnieren. Und wenn nicht, gibt es eine ordentliche Kusschelle. Coole Haare. Deswegen habe ich uiuiui gesagt. Sorry, hallo. Warum lachst du? Dankeschön. Nein, nein, alles gut. Komm, sag schon. Was wurde gesagt? Es wurde gar nichts gesagt. Warum lachst du dann? Wegen, ähm, Musik. Wegen Musik lacht man, ja. Mach ich auch immer. Ich bin nicht im Discord. Ehrlich nicht? Nee. Ganz alleine bist du hier. Ja. Du bist ganz schön einsam. Du bist sehr einsam. Ich weiß. Ist das ein Zufall, warum du rote Haare hast und auch große Brüste? Oder? Weil Kirschen sind ja rot. Brüste zeigst du dennoch. Ja, jetzt habe ich eh schon hingeguckt. Jetzt ist auch egal, ob deine Haare davor liegen oder nicht. Jetzt ist das eh schon zu spät. Sechs mal sieben bin ich schon gekommen. Hände frei und so. Was steht da im Hintergrund? Was? Warum zeigst du das so oft nie? Das zeige ich. Warum machst du so? Ich habe das gar nicht gesehen. Warum macht man so? Sei mal ehrlich. Was willst du denn jetzt von mir? Ja, was ist das? Was denn? Du weißt doch, was ich meine. Da ist doch nur eine Sache. Welches der? Das oder das? Da ist doch nur eine Sache. Das hier? Wahrscheinlich juckt mich das LED-Schild, oder? Ja, was dann? Das hier? Ja. Ja, was soll damit sein? Warum präsentierst du das so? Ah, du denkst, dass das eine Bong ist. Was ist das denn? Das ist Alkohol. Da ist ein Korken oben drin. Das ist keine Bong. Ich wollte schon sagen, hey, was willst du denn jetzt von mir? Ich dachte eben noch was ganz anderes. Was denn? Ich dachte was ganz anderes. Ja! Dich! Wo hast du gerade den Stift rausgezogen? Wo hast du das jetzt rausgezogen? Achso, in der Hand. Ja, es ist nur so, dass du es in der Hand hast. Aber wo kam das her? Das ist meine Fehlermappe. Du nennst es Fehlermappe? Wie sagst du denn? Muschi. Schultasche? Pussy. Vagina. Hä? Du? Ich glaube, sie hat es nicht geschenkt. Du zeigst mir aber deine Brüste. Ist ein Deal. Ja, ist gut. Muss nicht sein. Ja, mehr ist auch nicht. Ja, muss aber nicht sein. Warum? Brüste machen glücklich. Das ist nur ein Fettgewilber. Aber du hast auch welche. Aber wenn es nur ein Fettgewilber ist, dann kannst du sie mir ja zeigen. Nein. Aber du hast auch auch welche. Ja, meine sind klein. Die sind riesig. Schau dir mal die Prachtdinger an. Die schwingen mir schon ins Auge. Die wollen schon, dass man sie sieht. Weißt du, die wollen nicht eingeengt, dunkel in so ein... Die wollen frei sein. Na, jetzt ist schon zu spät. Jetzt habe ich schon tausend Clips gemacht, damit ich heute Abend wegschmeine. Wollen wir jetzt bumsen? Wie alt bist du? 16. Warum soll ich lügen? Was schau was zu? Warum soll ich lügen? Lügst du? Ja, aber es nix, weil ich bin. Auch 16? Ja, okay, scheiße. Ja, völlig. Also bumsen wir jetzt, weil das nicht nein gesagt. Ich glaub dir nicht, dass du 16 bist. Du verarschst mich. Jetzt schiebst du jetzt alles aufs Alter, oder wie? Ja, und weil ich ja natürlich auch nicht so eine bin, weißt du ja schon. Ja, jetzt hat ja keiner gesagt, dass du so eine bist. Ja. Ja, ist ja alles professionell gehalten, natürlich. Ah, ja, okay. Ich bin eine tschechische Nutte. 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 Ich bin eine tschechische Nutte.